einen wunderschönen guten tag die damen und herren da draußen willkommen zurück bei tera mit wo ist er hin ach hier ich bin hier klaus hallo die afosiese diese auch so schön genannt wird mit breitem ausschnitt die schicke rothaarige hexe ok kommt was sind was nicht schon wieder ich habe hier schon wieder eine mega anzeige back meine ganzen quest wenn wir hier alle gerade irgendwie doppelt und dreifach überlagert angezeigt aber wie geil ist das denn doppelt und dreifach ist ja und das ist scheiße mann oh tera bitte einmal beheben das ist doch kaka das ist doch jetzt pure kaka aber egal und kaka soll uns erst mal nicht weiter stören wollen wir die quest abgeben welche quest ach wir haben in der letzten folge ja die instanz gemacht was schon so lange ich hab's irgendwie im urin das vielleicht noch mal auf level das wollte ich nicht zu geben also dann hätten wir auf jeden fall mit dem instanz von drei drei level gemacht ja ich weiß ich habe eine wiederholungsquest angenommen das war total super ich auch scheiße so kommen wir reiten weiter durch die nacht reiten weiter durch die dorn 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 ich habe sowas gehört ihr hört es ist gute laune angesagt immer und immer wieder bei uns hier flette tv und pausen ntv außen ntv warum kriege ich denn den nachrichten sender verstehe du bist halt immer so informativ ach ja das stimmt dass ich bin total informativ bei mir gibt es know how während des let's plays omas quasi ich bin auch noch multilingual bei dir gibt es know how aber kein know how so einmal hier danke danke und so jetzt habe ich 100 pro etwas bekommen was was ich anziehen kann ja ich schon dass du dich an siehst dankeschön habe ich ach guck mal hier ich habe verzauberte handschuhe bekommen ich kann nicht gucken ich bin schon weitergeritten leck mich am marsch ich bin einfach mal weiter gerüttet da habe ich noch glatt verzauberte handschuhe bekommen ich ziehe die verzauberte handschuhe gleich an wenn ich angekommen bin da wo ich hin will der klaus der schon wieder über alles sieben berge brücken wieder beim thema brücken naja aber sieben berge besser so ein bisschen ein bisschen kontext hatte das ja schon kontext kontext peter mit einem kontext mit einem kontext mit einem ich würde jetzt ganz gerne alkohol trinken aber das würde meine meine verantwortung euch gegenüber euch treuen zuschauern euch phänomenalen geilen leute ja das würde auf jeden fall nicht gut sein um es auf den punkt zu bringen über diese herzen diese herzen ich will auch mal hier da hallo welt hallo ok so der anzeige back mit mein quest hat sich mal wieder eingekriegt was das hier ich habe immer noch instanzquests offen ich auch ich habe gerade geschlossen ist mir scheißegal ok wer bewacht die wachen ja wer eigentlich mit deiner mutter da unten irgendwo krass wir müssen runter wir müssen zum himmelsflügel wir müssen nach akkadia scheiß jemand an geil da würde ich immer mal hin ich bin träume ich davon nach akkadia zu reiten muss jetzt als erstes mal in die bank hier inventar erweitern ja komm hier mein freund ich muss inventar erweitern hallo verstehe laber den typ mann inventar erweitern ja bitte für 15 milliarden gold dankeschön so bekomme ich kann das noch mal erweitern gold sauber ich könnte das noch mal weiter habe aber jetzt kein geld mehr so schlimm klaus nicht so schlimm ich bin so arm ich muss ich muss ja einfach mal ganz viel zeug in die bank einladen das ist irgendwie ich habe auch schon wieder so mega viel krempel den ich einfach nur weg und weg und weg und weg und weg und auch das gibt es noch alles was haben wir hier irgendwelche pflanzen gibt es hier mit dem automatische sortierfunktion ja oben wenn du ein inventar aufmachst oben hast du da diese kleinen buttons mit dem schwert brille aber das ist ja nicht nicht wenn ich alle einblende ist es halt unsortiert ach du verstehst du nicht was ich meine jetzt muss ich alles anziehen stimmt doch gar nicht das stimmt doch absolut nicht guckst du zur abwechslung mal mein let's play da kannst du das ist ja eine frechheit diese unterstellung na hören sie mal stellung ja wie gesagt ne also in der letzten folge glaube ich habe ich das in der letzten folge kurz angemerkt dass ich von rüstungsherstellung keine ahnung habe und deswegen diesen ganzen kram hier aus meinem inventar einfach verbanne so hier davon kann schon fest annehmen ich auch aber ich glaube der bringt uns jetzt nicht so viele helft den towangi es gibt 55000 hallo ja machen wir nicht genau unter 20.000 machen wir nix mehr hier nix mehr aber absolut nix wollen wir mal los wollen wir ja wohin ich warte auf dich wir müssen wo müssen wir nach unten müssen würde ich sagen gehen wir hier leckt mich am arsch wohin denn du bist du denn schon wieder ich reite nach unten ins tal der titan hat es nach unten okay pass auf ich folgte einfach unten ist ich weiß war jetzt nicht wo du willst aber ich folgte ja du hast gesagt wir müssen nach unten na ja auf der großen karte meine ich ja wo wir porten oder wir fliegen ich komme denn da jetzt sind verdammte scheiße so ich habe hier wieder ganz viel post gekriegt funkler süß ein wau wau ich glaube ich kann ich glaube ich kann mich nicht teleportieren weil ich kein geld mehr habe jetzt du hast absolut nichts mehr doch ich habe noch ein bisschen was ich überlege gerade ob wir da hinfliegen können wo ist denn jeder flugmeister wieso teleportieren uns nicht weil ich nicht weiß ob ob fliegen vielleicht etwas dichter rangeht ich bin mir aber nicht sicher ich habe auch vielleicht einfach wieder keinerlei ahnung was ich gerade von mir gebe aber ich gucke einfach mal nach wo müssen wir denn theoretisch hin das sehe ich auch ganz runter ok hat sich erledigt hat sich erledigt also godrex fahren oder was das ist zumindest der südlichste punkt den ich anwählen kann hier beim teleportieren ja genau super tschüss tschüss ja genau super tschüss das war so schön mit dir so jetzt bin ich am anderen ende leider in vier teilen angekommen bei der teleportations technik sehr technisch teknik leider auch bis 12 operatet wird der godowiex hole oder so kontext fahren meinst du genau gut dann komme ich da auch einfach mal hin das ist nämlich total praktisch weil hier muss ich direkt ein quest abgeben echt ja es ist ja nein vielen dank du kannst mir mal schön meinen sack massieren der ladebildschirm simulator 2015 entschuldigung aber ich muss ja auch nicht was abgeben ist ja so dann hoch hier noch klaus bitte könntest du dich mal bitte ein bisschen entspannen ich bin total freise ich bin hallo ich muss hier hier muss ich noch was machen ja gut dass einer von uns auf alter zwei relikte ich scheiße ich habe auch ein relikt da weg hier man geht doch mal weg hier aber cool siehst du jetzt mit den relikten los ist doch geil ja voll geil die müssen wir nicht was machst du da weiß ich nicht einfach so so ich muss jetzt hier hier drüben da vorne ist noch einer ich bin grad wieder voll heiß auf meine relikte heiß auf meine relikte hier haltet man die fresse die frage ist warum ich nur eins kriege wenn du zwei kriegst dann ist hier noch einer wir brauchen wir brauchen überhaupt kein mehr ja ich weiß ich bin da wieder so ja so will ich okay gut dann ja dann wieder zum roten fallzeichen oder erst abgeben dann kommen dann gehen wir das ab machen wir machen aber glatt machen wir alles ist überhaupt kein problem ich finde endlich gesagt ich habe die ich habe ich die uhr ja ich habe die uhr im blick zehn minuten wir sagen dafür dass die letzte folge so lang war machen wir diese folge ein bisschen länger bitte was ja noch ein bisschen länger wir machen jetzt mal terra record vier stunden terra folge was hält davon ist eigentlich eine gute idee oder vier stunden terra ja was sagt ihr dazu auf youtube mehr werbeblöcke schalten 7000 man ich bitte dich also dachte ich doch nicht drauf ich sehe da ist ein gelbes ausrufezeichen ist auch für alles käuflich du bist doch so richtig du bist so richtig billig mann bin ich überhaupt nicht war wie wir reiten schön parallel gegenüber das ist doch wunderschön schön parallel kommen kommen wir kommen wir füßeln hey ich will nicht mit der füße du stehst du hast mich verlassen ich bin schon wieder so kommt auch guck mal ego perspektive leute ich kann da wirklich nichts dafür der ist nicht immer diese reihtiere wenn die nicht so teuer werden manchmal so ich glaube in wirklichkeit kann ja vielleicht ja auch nichts dafür um schellen zu zitieren meine mama hat mich testen lassen genau auch der helfe auch der helfe auch der helfe guck mal das gibt dann gab auch nur 19.600 du hast gesagt unter 20.000 machen 8.800 guck mal wie viel gibt die hauptquests 54.000 und die andere 72.000 das sind eps guck mal ich kann hier sachen einsammeln obwohl ich überhaupt keine leute hier kaputt gemacht habe nee weil der typ hier gerade vorbei geratzt ist gerade hier im check hier komm hier hey hier da hallo ich glaube ich glaube der gibt mir gleich wieder ein relikt ich glaube der ist so gut hallo du da glaubst du weg das war mehr als daneben mein freund das war es nicht mach mal nicht so was das war auch daneben mein freund jetzt keine relikte doch ich habe einen relikt bekommen ich habe recht wirklich ja großer scheiß alte so müssen wir noch mehr machen davon ich glaube ja nehmen es mir nicht aber die fetten dass man noch mal genau weg da die fetten aber ich gehe erstmals besser gehen kann wie einmal gleich abgeben will abgeben immer abgeben 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 ja komm mal so was müssen wir machen ja ich muss heute tagesordnung auch schon wieder die dinge immer auf krawall diese fischer immer auf krawall daneben mein freund daneben daneben das geräusch war weil wir kriegen hilfe ist aber nett finde ich überhaupt nicht ein relikt für mich wie sie doch liegt und ich nicht weil du schon zwei vorsprung hattest ich weiß ich will das abgeben ich bin schon auf dem weg ein glückliches treffen auch hier ein glückliches treffen auf brücke nummer sieben kommen wir müssen den dicken da machen ich bin ja ich reite vor dir alter so ersten tagesklasse da war tagesklasse sind voll super alter also jetzt schon tot 2 gehen noch zwei müssen sein zwei gehen noch zwei müssen ich kann wirklich nichts dafür leute das ist einfach ich versuchte ihn an dieser stelle in meiner aufnahme leiser zu also ich habe zum vorteil dass mein spiel so laut ist dass ich so gerade noch so verstehe es wird sich natürlich ändern wenn ich dann in die produktion gehe und das klingt so professionell war habe ich gar nicht gesehen bin ich einfach dann vorbeigerritten einfach dran vorbeigerritten ist nur ein nach einem muss naht klar da hat hat固ie da du da vette gurk schön fertig so müssen aber noch mal welche machen einen brauchen noch für die tageskürze du bist so bekloppt ich bin bekloppt ja spannend bekloppt ich bin einfach nur über glücklich das spiel mit ihr spüren zu dürfen so ich habe auch so ich gebe jetzt hier der frau hier noch ihr fragezeichen und dann würde ich sagen ist feierabend das ist korrekt feierabend wie das duftet würzig dich deftig würzig gut ja du kannst den text nicht alter her auf zu sehen ja das ist so eine beschissene mühlen ist ja kein rügenwalder kackwurst rügenwalder kackwurst das ist jetzt hier so nenne ich die folge okay mache ich auch rügenweiler kackwurst alles klar in diesem sinne einschalten bis zum nächsten mal rein und tschüss tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020